Im Weinkeller kann man für sich alleine mieten oder besser gesagt reservieren. Es gibt dann ein 7-Gang-Degustations-Menü, welches unser Chefkoch zusammenstellt und Sie damit dann überrascht. Ideal für Geburtstage, Hochzeitstage, Verlobungsfeiern. Das hat alles schon gegeben im Weinkeller. Natürlich findet auch die Weinverkostung einmal in der Woche hier statt, wo Sie viele Informationen über das Weinland Südtirol und Italien erfahren. Wir haben eine sehr tolle, abwechslungsreiche Weinkarte. Hauptsächlich sind unsere Südtiroler Weiß- und Rotweine dort vertreten, um einen Einblick in die Südtiroler Weinwelt zu bekommen.